Wer bei uns mehr als 10 Jahre die Schule besucht hat, hat sehr wahrscheinlich etwas von der schiefen Ebene gehört. Wenn nun diese schiefe Ebene so wichtig ist für das Verständnis der Physik, dann sollten doch wenigstens die Kräfte richtig eingezeichnet werden. Ich habe hier ein Beispiel aus dem Internet von ulrichlapp.de, bei dem die Kräfte wirklich korrekt eingezeichnet sind. Wir haben hier die Gewichtskraft als feldartige Kraft, die auf das ganze Auto wirkt. Dann haben wir dort, wo die Räder die Unterlage berührt, eine Unterlagskraft. Die kann man zerlegen in Normalkraft und Haftreibungskraft oder wenn es gleitet, ist es halt eine Gleitreibungskraft. Normalkraft und Haftreibungskraft sind durch eine Gesetzmäßigkeit miteinander verbunden. Das heisst, das sind eigentlich zwei Komponenten der gleichen Kraft. Das sind nämlich Berührkräfte oder Oberflächenkräfte. Die Gewichtskraft ist eine Volumenkraft. Oder anders gesagt, die Gewichtskraft ist ein Impulsquellenstärke. Und die Normal- und Haftreibungskräfte, das sind Impulsstromstärken. Für diejenigen, die etwas mehr von Physik verstehen, kann ich sagen, diese Kräfte hier ergeben sich durch das Integral über den Spannungstensor, über eine offene Fläche übrigens, nicht über eine geschlossene, wie gewisse Leute neuerdings behaupten. Und die Gravitationskraft, die ergibt sich über ein Volumenintegral über Dichte mal Gravitationsfeldstärke. Das ist also die absolut korrekte Zeichnung, wie man sie in jedem Buch der technischen Mechanik, auch im deutschen Sprachraum, finden kann. In Schulstuben wird, sobald Physik unterrichtet, etwas völlig anderes eingezeichnet. Schauen wir uns hier eine Referenz an, das heisst ja lehrerfreund.de. Da fehlen die Kontaktkräfte, also diese Impulsstromstärken bezüglich der Oberfläche, die fehlen völlig. Es wird nur eine Kraft eingezeichnet. Dadurch würde der Körper ja fallen. Das ist diese ominöse, nicht direkt messbare Volumenkraft, Gewichtskraft genannt. Und die wird zerlegt in eine Normalkraft und eine Hangabtriebskraft. Das heisst, Hangabtriebskraft ist ja eigentlich ein völlig überflüssiges Wort. Das ist ja nur eine Komponente, eine schon gekennzeichnete Kraft. Und der Begriff Normalkraft ist hier völlig falsch am Platz. Normalkraft, das sind diese Kräfte hier, die bei den Rädern wirken. Nun, das ist eine traurige Realität. Und ich frage mich, wieso unterrichtet man so etwas und quält Schülerinnen und Schüler mit solchen banalen Kraftskizzen, wenn man selber als Lehrer nicht in der Lage ist, Kräfte korrekt einzuzeichnen. Ich kann das auch zeigen am Beispiel des Internets. Wenn man zum Beispiel schiefe Ebene in Google eingibt, dann bekommt man eine ganze Sammlung von Bildern. Zum Beispiel hier, da sieht man, da ist wieder die Gewichtskraft zerlegt. Das ist das Bild, das ich gezeigt habe. Da unten wird sogar ein Rollkörper gezeichnet. Keine Spur von Normalkraft. Dafür wird wieder die Normalkomponente der Gewichtskraft als Normalkraft bezeichnet. Und die Kraft, die dafür sorgt, dass ein Körper rollt, die Hafttreibungskraft, die ist schon gar nicht eingezeichnet worden. Auch dieses Bild ist falsch. Dieses Bild ist falsch. Einzig in Wikipedia scheint es jetzt zu stimmen. Das heisst, nachdem jemand, den ich gekannt habe, interveniert hat. Wir haben also eine traurige Geschichte, dass man etwas unterrichtet, von dem nicht mal die Lehrer wissen, was die richtige Antwort ist. Man kann hier ruhig durchscrollen, irgendwie beliebig. Und irgendwo stoppen. Man findet immer falsche Bilder. Einzig hier scheint doch eine zu stimmen. Wobei ich würde die Kräfte halt nicht im Schwerpunkt zeichnen. Aber hier ist nicht ganz klar, was Komponente ist und was Kraft ist. Das ist gut, also es ist wenigstens richtig. Man kann weiterscrollen. Man findet beliebige Anordnungen von fehlerhaften Skizzen. Ich weiss nicht, wieso man an einem solchen Stoffplan festhalten kann, wenn man selber als Lehrer nicht in der Lage ist, eine korrekte Antwort zu geben. Geht man ins Angelsächsische und gibt in Kleinplein ein, dann findet man auch lustige Bilder, aber doch hin und wieder eine korrekte Darstellung. Das heisst, hier hat man doch immerhin die Normalkraft von der schiefen Ebene weg. Die Antwort auf dieses Desaster ist die, dass man den Physikunterricht an Schulen vollständig umstellen müsste. Eine mögliche Umstellung, die viel mehr die Schülerinnen und Schüler motivieren könnte, wäre zum Beispiel der Karlsruher Physikkurs.